Kurz gesagt, ich hab den Rank gewonnen. Ich hab Minecraft gespielt und bin gestorben. Ich hab Rainbow gestartet. Ich bin in eine Rank-Runde reingejoint. Ich hab Check All ausgewählt. Ich hab die Geisel gefunden. Ich hab die Kamera zerstört. Ich hab einen Spieler getötet. Ich hab noch eine Kamera zerstört. Ich hab ne Sprengladung platziert. Nächste Runde. Ich hab ne Mute-Fahle platziert. Wand verstärkt. Ich habe abgewartet. Doppelkill. Nächste Runde. Ich habe die Tür weggesprengt. Lol. Nächste Runde. Ich bin gestorben. Nächste Runde. Ich habe Fussspuren gefunden. Wallhack. Ich hab nochmals ne Sprengladung platziert. Ich habe den letzten Spieler getötet. Kurz gesagt, ich hab den Rank gewonnen. Nächste Runde. Untertitelung des ZDF, 2020